Es gibt eine Menge von uns, die ganz besondere Begabungen haben. Zum Beispiel, dass sie ausserordentlich gut rechnen können. Aber das sind nur ein paar Prozent von uns. Und ich gehöre nicht dazu. Einmal sagt man «Hoi» mit Hand geben, einmal sagt man «Hoi» ohne Hand geben. Das ist alles sehr unstrukturiert. Mein Wunsch wäre, beschäftigt euch miteinander, damit ihr lernt, wie es Gegenüber wahrnimmt, denkt, fühlt und liebt.